ja immer die gleiche auffahrt hier eine verlorene ladung mit waschmaschinen ja hans das wäre doch was für uns ne könntest du eigentlich zwei drei stück hinten in unseren dienstwagen einpacken für zu hause er fährt noch rein ins flugzeug hans ja bleibt da stehen genau so wie immer ja was ist jetzt fällt dir dazu nichts mehr ein oder was moin moin hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom autobahnpolizeisimulator 2 auf der playstation ja ihr seht ich bin wieder zurück an der wache mit dabei ist wieder hans wurst vladimir der steht mit dem gesicht zur wand interessante sachen gibt es da zu sehen nämlich nichts okay wir werden jetzt mal schauen der typ vorne hat bestimmt wieder obwohl wir müssen glaube ich hier rein oder ist das nur ein raum weiter was haben wir denn hier für einen raum hat der verhörungsraum da können wir nichts machen wir müssen glaube ich in den nächsten oder ist bestimmt ganz vorne wir werden wahrscheinlich neuen auftrag haben vorne wir gucken mal bei dem freundlichen herren hier doch gucken wir mal ich habe einen sehr dringenden einsatz für euch ein kleines flugzeug muss notlanden bis zum nächsten flughafen schafft ist das nicht daher muss es auf der autobahn landen alles weitere wenn ihr im auto seid los geht gas wir machen uns sofort auf den weg ach du scheiße ein flugzeug auf der autobahn das ist ja geil das haben wir bis jetzt noch gar nicht gehabt so was ähm ja da müssen hans und ich uns beeilen damit wir schnell zu dem mhm zu dem zielort kommen das sind 11,9 kilometer ähm oh wir haben nur acht minuten die zeit läuft sogar ähm ja da müssen wir mal gucken ob wir nicht ähm die strecke ein bisschen verkürzen können ich hoffe das geht eigentlich mal ähm ach du scheiße wir können noch keine schnellreise machen okay dann müssen wir fahren gut dann werden wir mal äh los bügeln ja wenn die steuerung nicht so komisch wäre hier so dann müssen wir uns richtig beeilen jetzt auch noch eine zeit läuft ja so an alle wir brauchen noch ein fahrzeug für die allgemeine verkehrskontrolle wir ermittet sich freiwillig wollen wir mal gucken ob wir das schaffen ach ja immer die gleiche auffahrt hier wo ich dran wo einen interessanten ort entdeckt haben wir da müssen wir später auch nochmal gucken vielleicht in den nächsten folgen mit den interessanten orten dass wir die äh alle aufdecken also ich bin mir sicher wir bekommen dafür auf jeden fall trophäen wenn ihr was wisst schreibt mir bitte in die kommentare ähm wird mir bestimmt weiterhelfen wenn ihr das spiel überhaupt spielt und nicht nur ähm meine videos guckt wäre mal auf jeden fall interessant zu wissen ähm von euch Kilometer sind aber ganz schön lang ne dann sind wir auf der richtigen autobahn alles schon mal gut die zeit die läuft aber auch also ich finde die minimap unten links die ist echt grausam weil man manchmal nicht genau sieht wenn da ein abzweig ist und man muss zum beispiel äh auf eine andere autobahn dann ähm sieht man das nicht so genau finde ich oder ich brauche eine brille das kann natürlich auch sein oh der war knapp aber die leitblanke habe ich noch mitgenommen ehrlich da müssen wir mal weiter geradeaus noch zehn kilometer Leute und wir können keine schnellreise machen das ist ziemlich übel aber wir werden mal äh schauen mittlerweile wissen wir worum es sich bei der verlorenen Ladung handelt es sind Waschmaschinen oh eine verlorene Ladung mit Waschmaschinen ja Angst das wäre doch was für uns ne könntest du eigentlich äh zwei drei Stück hinten in unseren Dienstwagen einpacken für zuhause beziehungsweise eine für dich eine für mich und der Rest wird verscherbelt aber ich hatte das glaube ich schon öfter dass ähm Nachrichten bei Funk gekommen sind mit ähm verlorener Ladung und das waren dann Waschmaschinen meine ich zumindest schon einige Male gehört zu haben vielleicht müssen wir mal gucken hier wir müssen irgendwo gleich abfahren Leute ja hier die Ausfahrt runter geradeaus wäre auch nicht mehr gegangen weil diese wird ja dann automatisch blockiert ist schon mal gut jetzt fahren wir nämlich nicht irgendwie falsch ich hab das auch im privaten Leben hab ich glaube ich äh in der letzten Folge vom Bus Simulator auch gesagt ähm wenn ich irgendwo ähm in einem fremden Ort fahr also wo ich noch nie noch nie hingefahren bin und dann ähm mit Navi fahr manchmal ähm bin ich dann auch zu blöd sagen wir mal da irgendwelche Ausfahrten richtig zu nehmen und dann verfahre ich mich trotz Navi mh eigentlich nicht so lustig aber man muss ja auch äh über sich selber lachen können ja schon wieder Waschmaschinen hey das gibt's doch nicht ach wir sind schon gleich da hervorragend ja willst du jetzt links oder rechts ah ja Kopf ey man also manche NPCs die können sich auch nicht entscheiden wo sie hinfahren wollen dasselbe auch im Bus Simulator ne erst gehen sie äh dran vorbei am Bus und dann wollen sie doch äh zurück und einsteigen hab ich auch schon oft gehabt wenn die Zivilschalte gehen sollte brauchen wir einen Ersatz wer hat das übernehmen oh hier waren vier wir machen das Raserjagen in bekleben Klamotten wer kann dazu schon nein sagen dann kommen wir das bestimmt auf der anderen Seite wieder oder ist er doch auf dieser Autobahnrichtung nein 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 gucken wollen wir gleich hier Action sehen ne wie das Flugzeug ankommt und so ich hoffe oh da oben ist ein Flugzeug oh noch eins ja das war wohl nicht das richtige aber wir sind jetzt schon da am Ort so jetzt bremsen wir den nachfolgenden Verkehr vorsichtig aus ja wir machen ähm die Signalmatrix Anzeige ähm was machen wir denn Gefahr ne Gefahr oder äh bitte ja Gefahr genau bleib da vorne stehen genau oh er fährt noch rein ins Flugzeug wie geil Hans ja bleibt da stehen genau so wie immer ich rede mal mit dem Pilot hier was fällt denn eigentlich ein hier auf der Autobahn zu landen hey alles okay bei Ihnen naja da schaffe ich eine Notlandung auf einer Autobahn und bring die Maschine heile rum runter da fährt mir ein Lkw hinten rein sie hatten zweimal großes Glück alles andere kann man ersetzen und da kommt auch schon die Feuerwehr das klingt wie Menschen wir müssen das schnell öffnen das kommt definitiv aus dem Container ne öffne den Anhänger was kommt denn ach Kerl mit diese Steuerung hier welcher Container denn öffne den Anhänger ja so stimmt hier vorne ist ja ein Knopf so mal gucken was der geladen hat hier wollen wir hier nicht drauf springen ne geht nicht ach ist nicht wahr Flüchtlinge oder wat haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen ja wat ist jetzt fällt dir dazu nix mehr ein oder wat der braucht dazu nix zu sagen äh jetzt sprechen wir uns äh sprechen wir mal mit dem Lkw-Fahrer Junge ah sie sind wieder wach lassen sie sich kurz durchchecken und dann fahren wir zur Wache wir haben da noch einige Fragen an sie ja aber natürlich da da klicken die Handschellen das geht ratzfatz dann ähm ja wir werden mal gucken die Notlandung bringe Verdächtige zur Wache oh das Flugzeug ist schon weg der Lkw ähm ist auch schon weg prima das das ging ja schnell ähm ja wir werden mal zurück Hans steht doch nicht immer so doof da rum komm mit bringe die Verdächtigen zur Wache werden wir das mal tun ich hoffe wir können die Schnellreise jetzt ähm durchziehen dann sind wir äh schnellstens wieder zurück so an der Wache angekommen jetzt müssen wir noch mal schauen was wir noch äh einen Auftrag hier bekommen wollen wir mal sehen hier wir haben ein verdächtiges Fahrzeug ach den müssen wir ja noch verhören bestimmt so mein Freund so Herr Schmidt so Herr Schmidt wie Sie sich sicher vorstellen können haben wir einige Fragen an Sie fragen Sie nur mein Anwalt hat mir geraten Ihnen zu antworten das ist sehr vernünftig würde ich auch mal sagen äh die Hintermänner würde ich mal gern ähm da wollen wir erst mal die Fracht wussten Sie was Sie in Ihrem Lkw transportiert haben ja sind diese Menschen Flüchtlinge ja wissen Sie woher diese Menschen kommen weiß ich nicht ich übernehme immer nur den Container haben Sie eigentlich gar kein Gewissen hat es Ihnen nichts ausgemacht diese Menschen wie Tiere einzupferchen nein doch natürlich aber es gibt gutes Geld und wenn ich es nicht mache dann macht es jemand anderes außerdem sind meine Kollegen noch rücksichtsloser ja das ist immer die Standardausrede würde ich sagen wenn ich das nicht mache dann macht es jemand anderes mal gucken äh Hintermänner Wer ist Ihr Auftraggeber oder arbeiten Sie auf eigene Faust Sie glauben doch nicht ernsthaft dass ich sowas von selbst tun würde nein tue ich nicht also Sie können mich alles fragen aber zu dem Thema sage ich nichts sagen Sie uns wenigstens wohin diese Menschen gebracht werden nein dann wollen wir die habe ich Sie da richtig verstanden es sind mehrere Fahrer unterwegs ja ich nehme an Sie schweigen auch zur Identität der anderen Fahrer selbst wenn ich wollte ich kenne die anderen nicht genauer Sie werden sich für Ihre Taten verantworten müssen ich werde aber weitergeben dass Sie halbwegs kooperativ waren ja das bringt uns jetzt nicht weiter wir werden zum Chef äh mal gehen und äh mit dem mal sprechen wir werden auch äh wahrscheinlich in Zukunft den ähm wie nennt man das den äh ist das Menschenhandel ne Menschenhandel nicht ne glaube ich das sind ja nur ähm Leute äh ins Land einzuschleusen ich hab keine Ahnung wie man das nennt auf jeden Fall äh wenn wir den Ring ähm an den Hintermännern die Hintermänner werden wir aushebeln den ganzen Kreis mal schauen hoffe ich hab mich jetzt nicht um Kopf und Kragen geredet Sie haben richtige Neuigkeiten? Ja Chef wie es aussieht wird Menschenschmuggel im großen Stil auf unserer Autobahn durchgezogen durch puren Zufall haben wir eben einen LKW voll mit Flüchtlingen gefunden der Fahrer wollte zwar keine Namen nennen aber er sagte auch aus dass es kein Einzelfall ist da sind noch mehr LKW mit Menschen unterwegs wir müssen diese unmenschlichen Transporte so schnell wie möglich stoppen ich denke wir holen unsere Kollegen vom Zoll mit an Bord ja das werden wir auf jeden Fall machen wir werden diesen genau äh Menschenschmuggler Ring ähm aushebeln dazu äh mehr in den nächsten Folgen auf jeden Fall wir gucken mal ähm wie viel ich hab schon schön viele Quietsche Entchen hier stehen drei Stück an der Zahl mal gucken ob wir in den nächsten Folgen noch mehr finden 6310 haben wir jetzt aber was brauchen wir denn als äh die Asservatenkammer haben wir die schon? ja die haben wir doch schon Besprechungsraum uns fehlt quasi nur noch der Skistand und der Helikopterlandeplatz mhm was haben wir denn noch an Fahrzeugen hier? oh ich möchte diesen äh Sicherungskraftwagen fahren Sixpack nennt man das auch ungangssprachlich mhm mobilen Blitzer wär auch geil äh Geschwindigkeitstraining äh brauchen wir eigentlich eigentlich noch gar nicht ne können wir eigentlich zum zum Schluss machen würde ich mal sagen ansonsten äh wir werden schon mal schauen für's nächste Mal ah er hat den nächsten Auftrag anscheinend ja gut das war's für die diese Folge mehr auf jeden Fall in den nächsten Folgen da kommt noch einiges denke ich im Storymodus hier ähm ja wenn dir das Video gefallen hat dann gib das Däumchen hoch äh abonniert den äh abonniert den Button wollte ich sagen ne ähm abonniert mich und ähm das Glöckchen äh wichtig aktualisieren äh aktivieren mein Gott heute ist aber schlimm ähm ja ansonsten würde ich sagen ciao tschüss bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge